Herzlich Willkommen zum Rockhütten-Podcast! Also eigentlich war nicht abgeplant, dass wir da reinquatschen. Jetzt haben wir es doch getan. Nein, wir quatschen natürlich nicht da rein. Wo rein denn? In das Intro. Achso. Haben wir jetzt da reingequatscht oder nicht? Du wolltest nicht das Intro quatschen, ne? Das war nicht der Plan. Jetzt haben wir reingequatscht. Bin verwirrt. Scheißegal, fang an. So. Ja. Da sind wir wieder. Yes. Herzlich Willkommen zur heutigen 83. Episode. Heute am 27.05.22. Ein Tag nach Vatertag. Wir sind wieder nüchtern. Kopfschmerz. Du vielleicht. Kopfschmerz. Schmerz. Warum kannst du das mal ein bisschen weniger lethargisch klingen lassen? Ich weiß, wir haben jetzt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 83 Episoden. Aber das ist ja, wir machen das ja mit vollem Herzblut. Wir haben uns hier aufgerieben. Podcast mit Liebe. Jede Woche aufs Neue haben wir uns aufgerieben. Kannst du das mal mit ein bisschen mehr Elan ankündigen? Die aktuelle. So. Meine Damen und Herren. Wir schreiben den 27.05.2022. Ich hab Schnappatmung. Die 83. Episode. Meine Damen und Herren. Ist das geil oder ist das geil? Dafür ein riesen Applaus. Ja. Seine Ader auf der Stirn kommt aber gar nicht. Mann, was du dich anstrengen musst. Ja, doch. Jetzt ist es schon ein bisschen geiler. Ha, ich fühl mich auch gut. So wie, ich fühl mich gerade so wie letzte Woche Samstag. Was? Was geht da? Was war denn da? Woche Samstag. Ich weiß ja nicht, wo ihr gewesen seid, aber ich war auf einem unfassbar geilen Konzert in Jüschen im Hannis Red Hot. Nee, dann war ich woanders. Schuppe. Warst du nicht da? Ich war nicht da. Geistig vielleicht nicht. Also, was da der Schlagzeuger und der Gitarrist gemacht haben, ich war nicht da. Was war denn los? Habt ihr euch irgendwie nicht verstanden? Nein, doch, wir verstehen uns immer zu gut, das ist das Problem. Nein, es war ein super Konzert tatsächlich. Ich habe nur Videos gesehen, wo wir keine Scheiße gespielt haben, aber unser Schlagzeuger und ich hatten so ein paar Momente. Und dann haben wir uns später darum gestritten, wer jetzt falsch gezählt hat. Also, ich war es nicht. Also, sagen wir mal so, es gab ein paar Momente, da wurde aus dem Viervierteltakt ein Fünffierteltakt. Ein Fünffierteltakt? Ja, aber kann ja mal passieren. Ja, also, das war die Stimmung. Das war die Stimmungsschuld, glaube ich. Und das Bier. Also, ich empfand das als äußerst, äußerst positive Stimmung am Samstag da. Ja, da waren extrem... Oh, ich habe den Ton diesmal nicht... Oh, Strafe, das sind 5 Euro in der Kasse. Ja, ich musste jetzt in die Kasse wieder einzahlen. Ich mache mal eben den Ton aus. Ähm, ich habe das auch als sehr, sehr positive, fast schon euphorische Stimmung wahrgenommen, weil wir haben uns echt Zeit gelassen, um auf die Bühne zu gehen. Beabsichtigt oder unbeabsichtigt, lassen wir mal so stehen. Man hat uns doch gar nicht gehen lassen. Genau, was da abging. Ich habe dich ja irgendwann aus einer Fantraube versucht rauszuzerren. Ich wollte aber nicht. Du hinkst mit deinen Lippen an einem Küstennebel. Ja. Und versucht, es irgendeinem Typ eine Karte zu verkaufen. Naja, 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 naja. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das kann ich ja gleich mal erzählen. Aber ich muss erst mal vorne anfangen. Wir haben ja schon ein paar Konzerte gemacht. Ja. Und ich bin der Meinung gewesen, wir hätten sie alle schon gesehen. Also die wir von vor Corona noch kannten. Nee, in Jüchen sieht man auch immer mal neue Gesichter. Ja, aber auch alte, die wir vorher in den letzten 4, 5 Konzerten noch nicht gesehen hatten. Und es wunderte mich, dass es die auch noch gibt. Manche sind einem komplett aus dem Gedächtnis über diese 2 Jahre dann flöten gegangen. Und dann auf einmal so, die gibt es ja auch noch. Kannst du dir etwa nicht jeden Konzertbesucher merken, so wie Torben und ich? Könnt ihr das? Ich habe doch gerade gesagt, Torben und ich können das. Hier, der mit den roten Haaren links in der Ecke hinten an dem Getränke stand. Der mit den roten Haaren und den drei Ohrringen links. Ja. Sascha. Ja. In zur Not heißen die alle Sascha. Sascha oder Werner. Der Ingo war nach langer Zeit mal da. Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, Wahnsinn, ne? Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der alte Förster, ja. Der sah auch immer noch genauso aus wie vor 2 Jahren. Ja, den haben sie im Red Hot gelassen. Der ist da geblieben. Also draußen auf den Parkplatz, habe ich empfunden, waren so festivalähnliche Zustände. In klein. Ja, tatsächlich. Die Leute saßen schön mit einem Kasten Bier. Kasten Bier, genau. Und dann die La Ultima T-Shirts an, alle im Kreis. Teilweise liefen auch Menschen in schwarzen Shirts ziellos umher über die Straße. Nein, die waren auf dem Weg Bier holen. Vielleicht. Vielleicht dachten sie das auch nur. Also das war schon gemütlich. Dann, dann. Ich fand's, also vor dem Konzert fand ich's sehr gemütlich, auch da noch was zu sitzen. Draußen, tolles Wetter. Wie gesagt, so eine ganz kleine Festivalatmosphäre kam auf. Die Leute waren heiß. Wir waren heiß. Es gab Bohnenkamp. Ohne Ende Bohnenkamp? Viel. Wir haben sehr, sehr, also da müssen wir auch mal hier an dieser Stelle auch dem Toto noch Danke sagen für auch nochmal vier Pakete Bohnenkamp. Wir haben diverse Geschenke bekommen. Und haben sie direkt alle vernichtet. Ja, wir haben sie fast alle vernichtet irgendwie. Ja, alles gegeben. Was zur Folge hatte, dass aus einem Viervierteltakt ein Fünfvierteltakt wurde. Kacke voll durch die Nacht. Ja, das war schön. Ja, definitiv. Also es war, ähm, sogar Zuckerschock war da. Ja. Nach vielen Jahren der Aspinenz. Ja, zum Beispiel auch. Wahnsinn. Ja, haben wir ihn mal wieder gesehen. Ich hab ihn fast nicht wiedererkannt. Ein Arbeitskollege von mir ist gekommen, der gar nicht wusste, dass ich in der Band spiele. Ja, stimmt. Das war mein Aztur. Das ist mein Aztur. Das war mein Aztur. Das ist 18 Jahre her. Aber ich bringe mir noch eine Geschichte zu ein von dem Abend. Ja, doch, die kann ich ja erzählen. Ich hab, äh, in der Nacht, wo ich nach Hause gekommen bin, hab ich erst auf mein Handy wieder geguckt. Da hatte ich eine Nachricht von einer X, 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 Freundin. So viele hat das geschrieben. Sprachnachricht, ja, ich hab jetzt... Bist du ein Fuckboy? Nee, ich würd jetzt sagen eher so ein Pilf. Fuck old man. Egal. Ähm. Also ein Pilz. Ein Pilz? I like to fuck wäre ja ein Pilz. Ich nehm nur ein Pilz. eine Nachricht von meiner Ex-Freundin, die mir aber nur lustigerweise erzählte, hey, wir haben uns seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ich war scheinbar gerade auf einem Konzert von dir. Da ist einer vor der Bühne hingeflogen. Ich habe den im RTW gehabt. Ja, ich habe übrigens gehört, ihm ging es wieder gut im Nachhinein. Ja, ist einer hingekracht, der hat sich am Kopf verletzt. Und die Jenny, die fährt halt der RTW und die hat den halt mitgenommen. Ich habe es auch nicht mitbekommen, Moment, Moment, Moment. Sie fährt RTW. 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 So, und es war ja so voll. Ja. Es war wirklich so voll, dass man nicht dazwischen gucken konnte. Und ich habe also gar nicht mitbekommen, dass da einer ja so auf dem Boden zerschellt ist, dass er sich wehgetan hat. Habt ihr nicht gehört, wo ich einmal durchs Mikro gesagt habe, ist alles okay da? Das war relativ früh noch im ersten Set. Und da hat es halt einer, da war wieder das Problem mit Pogo und Fliesen. Nee, es war Parkett. Es war trotzdem rutschig. Okay, es waren keine Fliesen. Ich habe es jetzt nicht umschuldigt. Ja, ich muss dazu sagen. Da hat ein Hals zersämmelt vor der Bühne, dem aufgeholfen wurde, der aber trotzdem noch nicht so gerade steht. Wenn du mit dem Kopf auf Parkett oder auf Fliesen knallst, was ist schlimmer? Dämmt das Parkett etwas ab? Ja, ein Parkett gibt, glaube ich, ein bisschen nach. Ich glaube, Fliesen sind fieser. Das hängt aber auch davon ab, womit du zuerst aufkommst und mit welcher Geschwindigkeit, glaube ich. Naja, auf jeden Fall. Auf Facebook haben wir Fotos schon gesehen. Ihm geht es wieder gut. Am nächsten Tag, nee, an dem, ich glaube, an dem selben Abend. Ja, mit Verband im Kopf noch. Mit Verband im Kopf. La Familia hat alles gefunden, was er noch so verloren hatte, vorne im Publikum, Brille. Ich habe es nicht mitbekommen, als du was gesagt hattest, Dennis, weil ich habe deine Stimme nicht auf dem Ohr. Ja, stimmt. Du willst dich ja nie hören. Ich will dich nicht hören. Deswegen habe ich auch immer häufiger jetzt an deinem Mikrofon umzudringen. Ja, das ist ganz lieb von dir. Aber grundsätzlich schön, dass es ihm wieder gut geht. Schön, dass so viele da gewesen sind. Es sind sehr, sehr viele nachher mit unserem Jubiläumst-T-Shirt rumgelaufen. Was mich auch sehr gefreut hat. Und der Bohnenkapp. Und was ich sagen muss, die Stimmung, die Stimmung an diesem Abend, die war bis in die letzte Ecke hinten zum Merchandising stand. Grandios. Ja. Dass man auch das oft, ich mache ja immer das Video bei Finde die Wahrheit. Finde die Wahrheit. Nein. Nur bei dem Song. Ja, nur bei dem Song. Oh. Wo man ja die Stimmung auch dadurch sehen kann, wie viele Arme hochgehen. Und da war der ganze Saal voller Arme in der Höhe. Das war schon toll. Und dann die Hände. Ja, das sah wirklich wieder geil aus. Aber auch die Besucher-Videos, die noch gepostet worden sind. Und insgesamt, die Stimmung war auch so null Aggression. Einfach feierwütig. Die Leute waren geil drauf. Die Leute hatten Spaß. Die waren laut. Die haben mitgesungen. Es hat einfach tierisch Spaß gemacht auf der Bühne, muss ich sagen. Man hat ja ab und zu sonst, je nachdem wo man spielt, manchmal einen dabei, der so ein bisschen getankt hat und beim Pogo eher Aggressionen loswerden möchte. War hier gar nicht. So ein, zwei Steroidenbomber kommt mal vor. Aber da war es tatsächlich so, die wurden extremst schnell aufgehoben. Da, also die haben sich richtig gekümmert, wenn da sich mal einer hingelegt hat. Ich habe wohl gehört, dass drei Fans des 1. FC Kölns frühzeitig den Saal verlassen haben. Ach was. Wann lag das wohl? Ja, aber da gibt es auch nichts zu entschuldigen. Wir sind immerhin eine Band aus Mönchengladbach und man muss auch seinem eigenen Verein behuldigen. Und wenn man das nicht aushält, dann muss man halt gehen. Ihr müsst das so sehen, wir waren offen dafür, dass auch Kölner zu unserem Konzert kommen. Sind wir auch weiterhin. Ja, sind wir auch weiterhin. Aber trotzdem muss man ja auch mal ein Statement setzen, nicht wahr? Nee, hat Spaß gemacht. Daher keine Erstattung. War geil. Also Juschen, Dankeschön. Alle Leute, die da waren. Es geht weiter am 10.8. Gar nicht weit von Juschen entfernt sind wir dann in Frimmersdorf. Am 10.6. aber. Was habe ich gesagt? Am 10.8. hast du. Ja, das spielen wir nicht. Ich war gerade kurz so. Nee, 10.6., Entschuldigung. 10. Juno ist was anderes als der Julo. Ja, beginnen wir ja die Open-Air-Saison wie letzte Woche. Aber man kann es ja auch nicht oft genug erwähnen. Nee. Weil das einfach geil ist. Sie wird ja immer noch unterbrochen am 18.6. dann durch Heinsberg, House of Keys. Und danach geht es dann aber weiter mit der Open-Air-Saison, wo wir uns weiter hinhoffen. Gehen wir eigentlich vor unserem Konzert auch in einen Escape-Room? Wahrscheinlich. Da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Nicht, dass wir da nicht rauskommen. Egal. Egal. Könnte ich jetzt noch so ein bisschen Festival-Feeling von Samstag nachholen? Ja, gerne. Dann lass uns einen Bonnekamp trinken. Sehr gerne. Gieß mal auf. Mal den Bonnekamp-Schwenker ein. Heute ist es schwerer. Welcher Jahrgang ist es heute? Äh, 1945. Ah ne, 45 Räuter. Ich möchte auch zur 83. Episode mal, ich würde mich freuen, Horst, ich würde mich freuen, wenn du heute mal die Werbung ansagst. Ja, von mir aus, weil du es bist. Wegen Vatertag. Ja. Ach ja. Ja, gestern war Vatertag. Wie hast du den eigentlich verbracht, Horst? Hast du Kinder? Äh, aber ich hab trotzdem gefeiert, ne? Hast du mitgesoffen? Jo. Mit uns? Warst du bei uns dabei? Nein. Ich wollte dir sagen, ich kann mich nicht an den. Der war bestimmt mit dem Töv-Töv. Der war im Sauerlandstern. Der kann auch nicht. Der hat die Zeit in meinem Mund. So. Wolle jetzt lachen, oder kann ich? Ja, Horst. Wolle, diese verheirten Damen und Herren. Hey. Freunde Römerlands, Leute. So, rüber, mal. Horst, was ist los? So kann ich nicht arbeiten. Ich hab keinen Bock mehr. Dann Prost, Horst auf dich. Aber noch einmal, jetzt haltet die Schnauze. So, alle schön feierten Damen und Herren. Auch die 83. Episode wird präsentiert. Bundesfirma Domritter und jetzt schüttet euch die Scheiße rein. Aber ganz ehrlich, der macht das schneller als der Tor. Wir haben auch am vergangenen Samstag da mit Menschen im Kreis gesessen. Das hatte schon so einen Hippie-Charakter. Hast du da auch gesessen? Ich hatte Angst, dass du dich betrinkst und hab auf dich aufgepasst. Ja. Ganz interessant. Es kam, es kam ein netter Herr, betrunkenerweise mit, Gesangsverein. Ein netter Herr, Gesangsverein. mit einem Strohhut auf dem Kopf bekleidet. Raus vor dem Auftritt und beklagte, er hätte noch eine Karte über und würde sie nicht wegbekommen. Woraufhin wir zu ihm sagten, es ist doch schwer, im Saal jemanden zu fragen, ob er diese Karte kaufen möchte. Das stimmt sogar, ja. Und wir hatten nachher so viel Mitleid in dem Kreis mit ihm, dass die La Familia zusammengelegt hat und den letzten Cuyambes noch aus der Hosentasche geholt hat, um ihm dann diese Karte abzukaufen. Dann allerdings kam einer um die Ecke, der noch eine brauchte. Nee, der brauchte zwei. Ja, die eine hat er dann so gekauft, aber die andere hat er dann für 10 Euro noch über gekauft. Somit hatte er, unser betrunkener Gast, plötzlich 20 Euro. Das war der Busfahrer, das weiß ich noch. Das war ein Busfahrer, ja. Ja, Busfahrer, ja. Und er hatte auch, er kannte uns nicht und auch die Onkels nicht wirklich und er hatte sichtlich Spaß. Das war ein sehr großer Mann. Ich habe den vom Konzert die ganze Zeit gesehen, wie der da stand und dann immer lockerer wurde. Und dadurch, dass er jetzt durch die La Familia quasi 20 Euro verdient hatte, hat er uns alle eingeladen, dass wir jetzt einen Monat lang mit dem Bus fahren können, aber nur Haltestelle von Hannes Rettort Richtung Mönchengladbach, also nirgendwo anders. Aber da können wir umsonst fahren. Das Problem ist, ich muss ja erst mal mit dem Taxi da hinfahren, um dann mit dem Bus zurückzufahren. Ja, aber du kannst zumindest umsonst fahren. Ja, ist das denn nix? Doch, doch. Ich will ja jetzt auch nicht kniepig sein. Also doch, das ist was. Wie heißt er denn jetzt? Weißt du das noch? Busfahrer. Busfahrer. Lieber Busfahrer. Häufig heißen Bufaer Heinz. Auch kurz Bufa. Zweifelsfall Sascha. Er hieß Bufa. Bufa. Bufa Heinz. Bufa. Nee, ich glaube, das war Norbert. Nobby. Das war Norbert. Das klingt wie ein professioneller Ringer aus den 80ern in Ostdeutschland. Und als nächstes Bufa Heinz. Gegen Willi Wonne oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es sehr schön. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Was ist noch passiert? Was ist noch passiert? Ja, die nächste Impfung steht an. Analverkehr ist verboten. Bitte? Ja, hier. Affenpockenübertragung. Ja. Durch Analverkehr. Ja, und warum haben das dann auf einmal schon so viele? Ja, erst in den Fledermäuse, jetzt der Affen. Wegen Analverkehr. Sehr viele, da sind wir wieder bei den Wer macht denn sowas, dass er seinen 90ern out? Bei den FC-Fans. Das ist jetzt Diskriminierung von Analverbeten. Ja, genau. Sehr viele Fälle gab es schon in Öln. Wegen Analverkehr. Erst die halbe Tribüne, da gibt es noch Karten. So, mein Schatz, wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet, sollen wir langsam mal ins andere Loch, bist du bescheuert, dann werde ich ja schwanger. Raus aus meinem Bauchnabel. Autsch. Ja. Affenpocken. Ja, wer will das schon haben? Sieht fies aus, finde ich. Kann man die so aufdrücken dann? Da hättest du Spaß dran, ne? Also jetzt, nehm mal an, du hättest jetzt Affenpocken, Dennis, dann wäre dein ganzer Körper mit Affenpocken befallen, dann würde ich mir auch so eine Schutzmaske anziehen, Gummihandschuhe, dann würde ich mich so auf die setzen und alle ausdrücken. Muss ich penetriert werden? Oder ist das egal? Wer reinsteckt, ist nicht schwul. Deswegen frage ich jetzt nochmal so genau nach. Oh. Ähm. Ich glaube, es ist egal, es ist aber auch egal, dreht doch einfach, ich frage es, es ist doch einfach widerlich, lass es doch einfach sein. Warum ist das widerlich? Wir leben in einer, äh, hallo, freie Liebe, mein Freund, freie Liebe. Ich muss das trotzdem nicht gut finden. Außerdem, du 21, 21 Tage Quarantäne. Hast du dann? Ja. Nee, nicht Quarantäne. Hier, wie heißt das, wenn du Jans allein bist, isoliert. 21 Tage Isolation und die, mit denen in Kontakt sind, bis zu 14 Tage Quarantäne. Naja, dafür kann man sich ja mal nicht, egal. Ich hab's nicht gesagt. Aber wer will das haben? Mal ganz ehrlich, wieso ist das auf einmal auch alles wieder durch? Wo war's vorher? Wo kam's her? Afrika. Ja, aber Panik Karl ist jetzt auf jeden Fall sofort auf den Zug aufgesprungen, ne? Der muss ja wohl was zu arbeiten haben. In der Presse siehst du jetzt schon weniger aus dem Osten, sondern wieder mehr sein schlumpfiges Gesicht. Aber Corona ist vorbei, also muss jetzt dann was Neues her. Ja. Ja, aber das zieht, glaube ich, nicht. Also du kannst dir ja Tjanur bei engem Körperkontakt trotzdem noch holen. Ja, du willst dich doch immer mit dem Publikum reiben. Enggwo hast du? Du hast uns letztens einen Einlauf verpasst, dass wir nach dem Konzert uns gefälligst mit dem Publikum reiben sollen. Ich war da, ich war, ich habe die Sache nicht verlassen. Und wer hat gefehlt? Der Alexander, aber der Alexander. Und dann muss ich aber, wir haben da in einem Podcast drüber gesprochen oder vor einem Podcast, da war er auch nicht zugegen. Er wusste das gar nicht. Ach, der wusste das gar nicht? Nee, wir haben da ja, beim letzten Mal haben wir zu dritt, nee, wir haben es ja vor einem Podcast haben wir einfach mal ein kurzes Revue passieren nach einem Aufblick, wie war es, was kann man besser machen? Da kam es zur Sprache, da war der Alexander nicht dabei. Okay, dann hat er nochmal Glück gehabt. Jetzt müsste er den Podcast hören, dann weiß er auch, er muss dabei. Ich war direkt, zack, ich bin da geblieben. Ja. Fotos gemacht. Zack. Und was für Fotos. Die sind richtig schön geworden, ja. Siehst du? Danke, dass der Alexander nicht da war. Was ist denn sonst noch passiert? Ja, hier. Ach so, ich kann sagen, wodurch Affenpocken übertragen worden sind, ich war am Sonntag. Autsch. Auf einem Fetisch-Festival. Im Tube in Düsseldorf, ich sprach in der Episode 2. In der Kneipe, Reibe, Reibe. Ja. Woher Reibekuchen ist. Also von der Größe her, würde ich mal sagen, so die Hälfte vom Irish Bub and Ride. Als das Reibeisen. Das ist aber nicht groß dann. Nee, es war wirklich klein. Wo hat das Publikum gestanden? Vor der Bühne. Die Bühne war auch etwas überladen, weil es spielten zwei Bands. Als Vorband spielte die neu gegründete Band Herr Nilsson. Mhm. Eine Deutsch-Rock-Band. Eigene Sachen. Richtig gut. Und die hatten alle Affenmasken an. Jetzt schließt sich der Kreis. Herr Nilsson von Herr Nilsson ist doch das Pferd von Pippi Lundstrumpf. Nein, das ist der kleine Onkel. Der dicke Zeh? Die haben aber dann als neue Band echt den Trend schnell erkannt. Weißt du, Affenpocken eine Woche später, Sonntagskonzept. Ey, das hat ja gepasst. Aus aktuellem Anlass. Ja. Und die machten also eine vierköpfige Band. Der Sänger, der, also Hut ab, in so einem kleinen Laden, wo es brackheiß war, trotzdem mit dieser Maske zu spielen. Super. Also der Sänger. Kennst du da einige von? Wir dürfen ja nicht sagen, wer das ist. Ich kenne genug Affen, ja. Ja. Aber dem Schlagzeuger würde ich empfehlen, vielleicht auf Bananenkisten zu spielen. Das wäre noch ein bisschen, wäre noch eine Idee. Genau. Die haben sich danach mit Chiquita geimpft. Tequila heißt das, Torben, Tequila. Chiquita. Banana. Chiquita, ja, aber ich kann mich nur mit Tequila impfen. Also egal. Ja, ich kenne tatsächlich auch Menschen unter der Maske. War super. Also, macht ja echt Spaß. Und danach, die spielten als Vorband von den Ogmonix. Hatte ich letzte Woche, glaube ich, schon erzählt. Aber was ist das eigentlich, Ogmonix? Ogmonix ist eine Deutschrock, Band auch, kommen aus Düsseldorf, werden so mit den, mit den, mit den Hosen teils verglichen. Mal preisfrage an Tom, woher kommt der Name die Ogmonix? Das ist hier von Alf. Ja. Das sind die Nachbarn von Alf. Wie hieß er mit Vornamen? Ich weiß es gerade nicht. Boah, fuck. Trevor Ogmonix. Ja, aber die Dame, die war ja immer nur zu sehen. Nee, der kam doch immer mit der Zigarette rein. Ich dachte, der wäre noch zu hören. Du meinst, das hören wir mal, wer da hämmert, der immer hinter dem Zaun, nur mit einem Auge. Das war Wilson. Der meine ich auch nicht. Das war Wilson, ja. Ja, Ja, die Nachbarn von Alf, richtig. Ogmonix machen einen soliden, guten Deutschrock. Kann man sich auf Spotify anhören. Die haben ein Album draußen, neu, heißt Gegenwind. Cooles Cover auch, cooles Design, gute Band, gute Jungs. Föhnfrisuren. Du hast da sonntags quasi in einer Affenhitze gestanden. In einer Affenhitze, genau richtig. Ja, war cool. Wie kommt man denn darauf, sonntags ein Konzert zu geben? Ja, die hatten das, also die hatten Nachholkonzert von vor zwei oder drei Jahren, so wie alle Bands halt irgendwann. Ja gut, dann wird irgendwann eng. Und dann war der Samstag halt relativ schnell ausverkauft und haben die den Sonntag noch gemacht. Samstag hatte als Vorband Neurotox wohl gespielt. War so eine deutsche Band. Immer auch, ja. Und sonntags dann, wie gesagt, Herr Nilsson war sehenswert und ja, vielleicht sieht man sie das ein oder andere Mal. Aber so weiß man wenigstens, wie die Affenpocken nach, zumindest schon mal nach Düsseldorf gekommen sind. Vielleicht, ist Herr Nilsson ja mal Vorband oder so. Ja, vielleicht. Wer weiß das schon. Ja, was ist sonst noch passiert? Gestern war Vatertag, schön einen hinter die Rüssel gerömert. Ja, mit unserem. Nein, ich habe mir einen hinter die Tapete gekleistert. Also ich war voll wie ein Bus. Du hast dir, nee, du hast dir, so wie du aussahst, hast du dir schön einen ins Schlauchboot gepumpt. Auch das. Das habe ich aber gemacht, nachdem ich zu Hause war. Schön einen unter das Toupé geföhnt. Aber hallo. Super. Hat der Ludwig schön gemacht, die Party, muss man sagen. Ludwig hatte gestern Geburtstag. Meister des Pubs. Alles hatte der da. Alles. Alles was das hat. Sogar Getränke. Genau. Ludwig war in der Episode Pappala Papp zu Gast. Sein des Zeichens Inhaber des Irish Pub. Unser Vater. Ist er Wirt? Nee, da sagt man ja immer, wenn nichts Wirt wird, Wirt wird. Der ist ja was geworden. Gastronom. 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 Hört sich auch viel besser. Wirt Inhaber. Wirt Inhaber. Vater des Pubs. Ja. Und Herr der Whisky-Sorten. Ja. Habt ihr gelesen? Du hattest da nachher noch eine Diavolo. Wie geht's dir heute damit? Sag mal so, ich weiß nicht, wem es schlechter ging. Ob meinem Darm oder meinem Magen. Du musst doch die Peperonis auch essen. Jetzt nach der Leber-Transplantation fühle ich mich etwas besser. Ich bin wieder in der Lage aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Tom, du saßt nur noch auf einem Auge richtig scharf, glaube ich. Ja, aber nochmal, die Peperonis soll man essen und nicht irgendwo vergessen. Da sind wir wieder bei Affenbock. So. Ist der Spargel von hier? Nee, der wird eingeführt. Du hast einfach gegessen. Einfach zu viel Jackass geguckt. Naja, gut. Wisst ihr, wo ich Panik habe? Nee. Ich habe in der Zeitung mehrfach jetzt schon gelesen, dass auf unseren Flughäfen in NRW, Köln, Düsseldorf und so Chaos herrscht. Das ist ja jetzt nichts Neues. Dass die Leute frohen Mutes dahin fahren, um in Urlaub zu fliegen und auf den Flughäfen so großes Chaos ist, dass viele Maschinen leer fliegen, weil die Leute es nicht schaffen. Wisst ihr, woran das liegt? Balle ist nur einmal im Jahr. Der eine sagt so, das kann mein Arbeitskollege nicht unterschreiben. Ich höre jeden Tag nur noch sieben Tage bis Malle und noch sechs Tage bis Malle. Dann fliegt er das erste Mal nach Malle. Er ist ja, wenn alles gut läuft, dreimal da. Je nachdem, wenn er noch mal ein verlängertes Wochenende bekommt, schafft er es auch noch ein viertes Mal auf Malle. Dann ist das ja nicht nur einmal. Alles auf Malle. Letztes Wochenende war mein Ziehkumpel und mein verlorener Zwillingsbruder Tommy auf Malle. Ja, ich war es. Und ja, genau, wer hat es nicht gesehen? Diese tollen T-Shirts mit, oh schon, Bier Uhr. Ich fand das Tattoo mit Tobi auch geil, das Partner-Tattoo, hast du das gesehen? Nee. Ja, auf dem Arsch. Nee, aber ich habe ihm vorher gesagt, wenn du da hinfliegst, landest du im Knast. Zwei Tage später, 13 deutsche Malle-Urlauber im Knast, weil die irgendeinen Puff angezündet haben. Ich habe danach seine Frau angerufen, nein, er ist noch nach Hause gekommen. Okay, aber ich hatte... Ein guter Kegel-Club war es, das waren Kegelbrüder aus Deutschland. Ja, es war definitiv eine einmalige Aktion. Alle neune, einmal abgeräumt. Nein, aber ich habe wirklich Angst, ich freue mich jetzt so auf meinen Urlaub. Gut, ich fliege nicht nach Malle, aber da hat mir nichts zu tun. Ich möchte stressfrei ins Flugzeug kommen. Ja, nach, nach, ja. Jetzt weißt du, jetzt hast du das mit der Pandemie durch und das ist durch und der Scheiß ist durch, jetzt fangen die da an. Ja. Wo soll das denn noch alles enden? Ja. Demnächst gibt es bei McDonalds keine Pommes mehr, weil die kein Öl mehr haben. Mhm. Und dann? Backofen-Pommes. In der Heißluft-Betur. Du musst die nachrüsten, du musst den Backöfen nachrüsten. Backöfen, ja. Ich hatte gerne Pommes. Backöfen. Okay, stellst dich hinten hin, in 16 Minuten sind sie fertig. Super. Der Buzzer ganz schnell weg. Was ist das für eine verfickte Welt, frage ich euch. Ja, der Test geht zum Slow Food Restaurant. Ein Slow Food? Du solltest mehr lesen, das beruhigt dich. Lesen? Ja, jetzt hat der einmal das Lesen für dich. Ich lese den ganzen Tag. Ja, ich muss das schon sagen. Google macht es möglich. Nein, du musst, du musst in Ruhe lesen. Was denn? Schock deine Eltern, lies ein Buch. Was soll man denn lesen? Ich habe ja, hast du irgendwelche Vorschläge? Ja, ich wurde ja angefixt von dem Buch von Dave Grohl. Das habe ich durch. Dann habe ich mir das Buch von Lemmy. Ich habe es immer noch zu Hause unangetastet. Ja, siehste, bei mir ist jetzt alles vorbei. Ich habe das halbe Regal schon voll. Das Buch von Lemmy habe ich durch und da dachte ich, das muss der harteste gewesen sein. Der Mann hat es ja auch leider nicht überlebt, seinen Lifestyle. Ja, aber das heißt, der hat es nicht überlebt. Aber, wie alt ist er denn geworden? Ja, 70, aber Moment, wer das getoppt hat, die Biografie habe ich jetzt auch durch und der lebt noch. Ozzy Osbourne. Sorry, da kann Lemmy gegen einpacken. Ich empfehle jedem die Biografie von Ozzy Osbourne, wer wissen will, was man sich alles reinpfeifen kann, ohne zu sterben. Gibt es das auch als Hörbuch? Unfassbar. ja, Sharon, Sharon, das ist das Problem. Gelesen von Ozzy. Ja, genau. Mit einem halben Vampir hier Fledermaus. Das Hörbuch in Deutsch. Auf jeden Fall, das Buch war, Lesen von der Synchronstimme von Ralf Richter. Ja, also nach Lesen des Buches hatte ich einen dreitägigen LSD-Trip quasi, nur vom Lesen und zum Runterkommen bin ich jetzt, das hat so ungefähr 8000 Seiten, amüsiere ich mich jetzt mit der Biografie von Arnold Schwarzenegger. Die habe ich zum Beispiel gehört. Die ist aber auch fett. Über die ersten Corona-Jahre habe ich die jeden Morgen beim Gassi gehen gehört. Ja, darfst mir nichts verraten, ich bin noch beim Beginn des Krafttrainings. Er hat gerade seinen ersten Preis in Stuttgart gewonnen, also ich bin noch ganz am Anfang. Aber auch, ich glaube, das wird eigentlich gut sein. so viel verraten, dass er irgendwann angefangen hat, Filme zu drehen. Nein! Ja! Weißt du, wie der erste Film hieß? Gleich erzählst du mir noch, dass der Gouverneur wird. Ja. Spacko. Echt. Hm. Ja, ja. Okay, mehr will ich nicht verraten. Aber trotzdem, du solltest, wenn er, wenn er, ich habe keine Zeit, noch ein Buch dazu zu lesen. weil da so viel los ist, warten musst, du hast keine Zeit, hast du gerade davon gesprochen, weil da so viel los ist, in der Schlange stehst, lies ein Buch. Nein, dann quatsch ich mit André S. aus MG. Dann schreib ein Buch und mach uns reich. Tu was. Was? Ich soll ein Buch über euch schreiben? Wir haben jetzt seit 83 Episoden erzählen wir uns das Jummi aus der Hose. Da können wir auch ein Buch drüber schreiben. Das Jummi aus der Hose. Was hältst du denn davon, wenn du die 83 Episoden, die wir bis jetzt haben, alle abtippst? Wieso ich? Warum nicht? Du sitzt doch den ganzen Tag am Computer. Sag mal, was stimmt mit dir? Du hast Zeit, Bücher zu lesen. Ich habe seit Weihnachten das Buch von Dave Grohl da liegen und es liegt da unangetastet. Ich kann dir sagen, es lohnt sich. Ja, aber ich habe keine Zeit. Ich habe auch keine Zeit für sowas. Ja, ich gehe dafür jetzt früher ins Bett, um zu lesen. Und wenn ich mich ins Bett lege, mir ein Buch in die Hand nehme, dann anderthalb Seiten. Dann hat er das noch nicht mal aufzuschlagen. Ja, kann passieren. Ja, aber dann bist du ja, dann hast du auch nicht so viel Kosten, wenn du anderthalb Seiten pro Abend liest, kommst du mit so einem Buch halt lange hin. Ja, aber dann wird es auch nie spannend. Dann empfehle ich dir doch die Lektüre von Ossi Osborn, die ist immer spannend. Ich war vorhin mal auf einem Seminar, da erzählte der Trainer dann so, dass er so sehr, sehr viele Bücher, auch teilweise gleichzeitig irgendwie so ein paar liest und damit würde ich ja gar nicht klarkommen, weil da weiß ich, denke ich ja, in dem einen Buch ist der Mörder der und da würde ich zueinander kommen. Der liest ja aber viele Fachbücher und für ein Buch hat er neun Jahre gebraucht. Also ich nehme immer beide Hände für ein Buch. Ich hätte doch gar nicht diese Muße, mich jedes Mal wieder neu da hinzusetzen, zehn Seiten zu lesen. Nee, ist mir zu langweilig, lege das beiseite und irgendwann, wenn ich wieder Bock habe, nehme ich das auf. Man weiß auch gar nicht, was da ist. so und das ist ja das große Problem. Ich nehme das Buch, liege im Bett und nehme das Buch, bin ja schon müde. Ja. So und dann fange ich an zu lesen, anderthalb Seiten eingeschlafen. Dann kann ich am nächsten Tag die anderthalb Seiten wieder anfangen, weil ich immer noch nicht weiß, gleiche Problem ja bei mir im Urlaub, zum Glück nicht im Auto. Ich höre ja auch, komm du mal in mein Alter. Ich höre ja auch Hörbücher während der Fahrt. Da hat man halt bei so viel, wie ich im Auto sitze, so ein Hörbuch relativ schnell durch. Da schlafe ich nicht bei allen tatsächlich, zum Glück. Aber wenn ich im Urlaub bin und entspanne so vollends und habe die Knöpfe in den Ohren und höre ein Hörbuch, dann fange ich das Hörbuch 24 mal neu an. Dann gerade so tief in der Entspannung eingereitzt. Oh, wo warst du? Da liegst du dann da und dann hörst du dir das an und dann fängst du dir... Also so ein Hörspiel, so ein Hörspiel. Ich habe früher mal John Sinclair oder sowas gehört, wo auch mal was im Hintergrund kracht, pengt und zippt und so. Oder wo drei, vier verschiedene Stimmen aussprechen. Da kann ich mit umgehen. Das ist ja nach einer Stunde vorbei. Weißt du, was ein Hörbuch für dich wäre? Was denn? Einfach eins, du bist ja so ein Nostalgiker, ein Buch für dich, wo du einfach aus den letzten 40 Jahren alle Fernseh- und Werbesprüche dir anhören kannst, die dir einfach vorgelesen werden. Ich glaube, da hättest du richtig. So nacheinander? Sowas wie quadratisch praktisch gut? Ja, ja, so in der Art. Wovon ist denn das? Wisst du das? Kann man eigentlich ein Spiel draus machen? Rittersport. Soll man ein Spiel draus machen? Lass ein Spiel draus machen. Das ist geil. Aber ich kenne, ich gucke ja kein... Es ist schwierig eigentlich. Man kennt nur noch alte Werbesprüche, weil man nur noch Netflix guckt. Nach 83 Episoden so einen geilen Übergang zu haben, Dennis, Respekt. Mach mal. Ja, ich habe es versucht, einen geilen Übergang zu finden. Und verkackt. Nein, der Knopf war da. Also fast matisch praktisch gut ist Rittersport, Kollege. Das war Rittersport? Hab ich doch gerade schon gelöst. Wir wissen doch jetzt alle, dass ich nicht du höre. Aber das war tatsächlich früher interessant auch, ne? Also die normalen Tafeln Schokoladen, die waren ja immer länglich. Ja. Und dann kam die erste Tafel raus, die quadratisch war. Da hast du schon mal ins Regal geguckt und hast gesagt, da stimmt doch irgendwas. Stell dir vor, es hätte einer eine Runde erfunden. Was da los wäre? Gibt es eine Runde? Die schönsten Pausen sind lila. Boah. Wo wir gerade bei Schokoladen sind. Demnach gehen wir gegen den Uhrzeigersinn, haben wir euch gerade festgestellt. Ja, ich musste da gerade rein, weil das fiel mir gerade noch. Die schönsten Pausen sind lila. Lila Pause, Ola de jo. Geil. Boah. Das ist nicht schlecht. Aber Vorsicht. Lila Pause. Cool, man. Gibt es das denn noch? Lila Pause. Lila Pause gibt es glaube ich nicht mehr. Jetzt Cool, man. Was war das noch? Ja, auch Milka. Aber Vorsicht. Hieß Cool, man. Milka. Ja, aber wann haben wir? Milka Minze. Minze, glaube ich. Ja, ja. Fies. Krass. Nogger dir ein. Das kannst du doch jetzt sagen. Ja, aber grenzwertig auch immer, ne? Das soll ich jetzt nicht mehr bringen. Nee, kann es nicht bringen. Da musst du schon gendern, also Noggerine dir ein. Ja, entschuldige, entschuldige bitte. Es gab damals den Sarottimor. Ja, damals auch kurz. Oh, 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 oh. Nee, aber, ne? Der weiße Riese, meine Damen und Herren. Tilly, Sie hatten gerade Ihre Hände drin? In Geschirrspülmittel? Nein, in Palmolive. Ja, während Villa Riebein auch am Saufen ist, ist Villa Bach auch schon am Kotzen. Ja, das stimmt, ja, genau. Ich bin gerade auch noch bei Spülmittel, da gab es hier, aber Fairy Ultra hatte nichts Dolles so an Slogan oder so, ne? Aber Fairy Ultra ist auch wieder so ein Begriff, den man sehr oft gehört hat. Ja, aber da gab es so ein cooles Kurzding, so, sei in der Tube. Oh, der war geil. Der war auch, sei in der Tube. Das ist dir aber auch direkt im Kopf geblieben, wie Seitenbacher Müsli, ne? Seitenbacher Müsli. Das ist so grausam, das kommt schon mal bei, hier, Radio Bob kommt das schon mal in der Werbung, da könnte ich kotzen. Aber das Reihe in der Tube, das kennt man, ich war damals ja in Ferienfreizeit und wenn du dann zwei Wochen da warst, es gab halt keine Waschmaschine, du musstest ja echt viel mitnehmen, aber wenn du mal sonst was brauchtest, ne, dann hast du halt Wasser in das Waschbecken eingelassen, hast dann da mit Reihe das Ding durchgewaschen. Das machen wir heute noch im Urlaub. Ja, Reihe in der Tube. Ich hab noch einen. Stellt euch mal vor, ein kleiner, glatzköpfiger Mann im blutverschmierten Unterhemd mit einer Knarre in der Hand und dann sagt die Stimme von dem Typen folgendes. 20% außer Tiernahrung, äh, 20% auf alles außer Tiernahrung. Ein Praktiker. Ja. Da stimmt nicht mal mehr. Gebt nicht mehr. Aber die Stimme von Bruce Willis gibt es halt noch. Praktiker ist ja auch schon lange hinüber. Wer sich gehalten hat, ist Yippie-Jaja, Yippie-Jippie-Jay. Ja, das gibt's noch. Das ist cool. Du bist das Projekt. Das ist aber Hornbach jetzt. Ja, genau. Das war Hornbach. Dann gab's noch, ähm, wenn's gut werden muss. Hm. Das Bauhaus. Pass auf. Ah, okay. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Alles in OBI. Und, äh, es gab auch noch, ähm, genau, machst du dir selbst mal, aber, das war nicht Hornbach. Nee, das war ein anderer Film, Torm, und der gehört hier nicht hin. Nee, nee, wer, nee, wer, wer es selbst macht, oder. Das ist auch Hornbach, glaub ich. Irgendwie sowas. Das war auch Hornbach. Und es gab, äh, Hornbach, es gibt immer was zu tun. Yippie, ja, ja, yippie. Yippie, yippie, genau. Ja, super. Jetzt ich mal einen ganz harten Alten. Ja. Zwölf Uhr. Madrid. Die Sonne brennt. Drei Wettertaft. Und fast war Scheiße. Ja, aber diese ganzen Situationen, die die durchgespielt haben, ne, diese Stewardess, ne, aus dem, aus dem Ding, was so, ja, stark. Der Davidoff-Mann, sag ich nur, ne. Also, ich fand ja so Werbungen schöner, wo so, so, so paradiesig, ne, alle so blauer Himmel, Wasser ist blau, Palmen, Pati, Werde, Coco, sowas fand ich immer geil. Ja, auf die Werbung von Raffaello lief mindestens 20 Jahre dieselbe Werbung. Die Alte mit dem Papagei, dem schönen, fetten, riesen Sonnenhut da auch an diesem, ne, an diesem Strand. Und dann, äh, ja, ist sie halt ein Raffaello. Ist aber auch 20 Jahre gelaufen. Das gleiche auch, wo wir grad bei Ferreiro sind. Ladies and Gentlemen, it's time for gold. Da kommt noch die Raffaello. Ferreiro Gold, ja, 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 ja. Aber, ähm, wo du grad hier mit den Tropischen, es gab damals, weiß ich auch nicht, ob es das noch gibt, es gab damals von Rittersport, gab's mal so ein, ähm, da war Rum drin, Rittersport Rum hießen die tatsächlich. Ja, die gibt's auch, so kleine, auch so, so einzelverpackte. Gibt's die noch? Das war doch auch hier, da war doch immer so ein Ara oder irgendwie so, ah, ah, mit diesem. Wie hat der gemacht? Mit diesem, ah, ah. Borben, wer will denn gleich an die Decke gehen? Was war das denn? Nicht gleich an die Decke gehen? Ja, warum denn gleich an die Decke gehen? Was ist das denn? Ja, noch im Kino hab ich es noch gesehen, im Fernsehen gab's das schon nicht mehr. HB-Männchen, meine Damen und Herren. Zigarettenwerbung. Ah, ja, stimmt. Ja? Warum denn gleich an die Decke gehen? Hä? Ah, Zigarettenwerbung? Welcome to Marlboro County. Ja. Junge, das war gut. Ja, der war gut, ne? Voll einen auf Clint Eastwood gemacht, ja, Alter. Ja, aber ansonsten, ähm, ist auch komisch, dass die ganzen Marlboro-Männer alle gestorben sind. Ja. An Lungenkrebs. Dafür waren sie reich. Ja. Kurze Zeit. Reich an Krebs, ja. Like ice in the sun. Ach, super im Kino. Super, super, super. Super Nummer. Dann kam auch wenigstens noch ein Eis, Mann. Ich bin ja heute vier Stunden Filme, kein Eis. Was ist denn, was ist denn der hier? Hallo, Herr Kaiser. Äh, Hamburg-Mannheimer. Hamburg-Mannheimer. Was hat der bei der Eindustin heute? Diese Steine können sie bauen, Schwäbisch Hall. Ach, schön. Wüstenfuchs. Ja. Ah, nee, das war Rommel. Nee, Moment, Moment. Gibt's ja eigentlich Leute kaum noch so Werbeshingels, so coole, oder? Nee. Ich bin immer so, wir haben, wir haben, wir haben die Autoslogan, sind wir mal durchgegangen, so, ne? Du, du. Deu. Deu und du. Deu und du. Dein Auto, dein Freund. Und dann bauten die auch noch Monitore und sowas, ne? Die machen ja alles nachher. Aber so, du, du. Simply clever. Aber Thor, wer ist es? Wer ist es? Äh, äh, boah. Ist das, äh. War das Audi? Nee, nee, das ist, nee. Vorsprung durch Technik. Der ist im Blick gleich. Ich mach beide, du, du. Skoda. Aber weißt du, was das Problem ist? Nein, ich wollte damit das Skoda. Ich hab eine Ausrede, warum ich das nicht wusste. Ich habe gar keine Autos. Oh, das war Melitta? Ja. Der Melitta-Mann. Der Melitta-Mann. Ähnlich, äh, fast so, äh, diese, äh, der so schön geprickelt hat in deine Bauchnabbel. Oh. Räginet. Nein. Die Alte auf dem Schlagzeug. Wo ist der Deinhard? Genau. Nee, das war Schöfferhofer. Schöfferhofer? Genau. Die mit dem Bauchnabbel war Schöfferhofer. Ja. Der hatte geprickelt in meine Bauchnabbel. Was so schön geprickelt hat in deine Bauchnabbel. Diese kleine Spielzeugart so. In meine, ah, nee, Moment. Aber sind wir wieder mal abfockeln. Gab's denn nicht auch einen, ein, es gab doch auch einen, ein Werben-Jingle zu Ültche, was Stefan Raab gemacht hat, ne? Ja, Moment, an der ich kenne nur noch. Ich stehe hier und singe, da kommt eine Frau von fern, die schreift mir an die, ah, nee. Ültche, denn Ültche haben wir gern, komm auch du. Du greifst zu. Früher war das auch ein Werben-Jingle von McDonalds, drei Minuten lang. Da kamen alle Figuren vor, dieses lila, eine Monster, die alle aussahen wie verkappte Kinder. Denn so ist McDonalds, Essen mit Spaß. So war das früher. Nee, noch, ja, aber noch. Hallo. McDonalds schmeckt es einfach gut. Nee, 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 nee. Das war ein Highlight, das war ein kompletter Song. Hör mal ein. Jetzt stehe ich hier und singe kaum, das war geil. Es gab auch, hallo, mein kleiner Wunderwerk. Du bist ein Kräuterwunderwerk. Zu vergessen, nach gutem Essen, danke ich dir und dafür, nee, hilfst du mir und dafür, danke ich dir. Super. Wir sind die Kräuterpolis. 3, 2, 3, 4, Husten und Schnupfen sind im Nu vorbei. Ratiofarm. Gute Preise, gute Besserung. Immer diese blöden Scheiß-Zwillige. Die Zwillige, ja. Entschuldige, ich hab so Kopfschmerzen. Euch auch. Gibt's da nicht was von Ratiofarm? Könnt's reinhauen, ey. Was gab's denn noch? Was gab's denn noch? Ich hatte ja eine Schallplatte von den Fruchtzwergen. Aha. Ja, die haben eine Schallplatte rausgebracht. Die rote Vinyl war das. Wie hieß denn dieser kleine, miese Typ da? Ich weiß nicht, der kleine Hunger. Oh, von Müller. Von Müller, der kleine Hunger. Aber der hat nichts gesagt, was so einen Wiedererkennungswert hat. Wenn der kleine Hunger kommt, ja. Ja, aber der Joghurt mit der Ecke. Der Ecke mit was drin. Der Super-Müschli-Müschluck. Drei Pfund Zucker. Drei Pfund Zucker. Ah, der war nicht schlecht. Das schmeckt erst richtig gut. Ja, damals wurde das ja alles so als toll verkauft. Aber das ist auch viel 90er. Da war auch alles bunt und egal, wie viel Zucker drin ist. Warum auch du, schlag zu. Der Klassiker. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Was, super. Gottschalk. Immer toll. Was mich mega anpisst mittlerweile. Sind diese Astronauten oder diese Typen, die auf der Ranch stehen, mit diesen Kinderstimmen? Weil da kann ich nicht drauf. Der Colorado, ne? Haribo-Colorado. Ja, ja. Aber, hm, ich hätte auch gerne noch ein Gummibärschl. Dann sitzen da drei Astronauten in der Kapsel. Und dann, hm, reicht doch mal die Haribo-Colorado rüber. Ja, aber guck mal, jetzt ist die im Kopf geblieben. Ja, weil es mich nervt und das ist immer so bei Werbung. Seidenbacher-Müßchen. Da ist wieder Seidenbacher. War das Versicherung oder war es gelbe Seiten? So ein kleiner Typ im Anzug, der immer rumgeschrien hat. Das ist Gernot von Hassknecht. Nein, 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 nein. Das war schon in den 90ern. Ich hab's aber echt nur noch so schemenhaft in meinem Schädel drin. Die haben sich einfach früher mehr Mühe gegeben. Selbst für kleine Sachen haben die komplette Lieder geschrieben. Ich erinnere mich noch an das MB-Spiel. MB war ja damals. MB präsentiert. Ja, genau, der Gummibärschl. Mit den Trauben. Quie, Quatsch, Trauben, machst du, machst die alle breit. Das war ein tolles Spiel mit Play-Doh, ne? Ja, aber die Werbung schien dir drei Minuten lang zu gehen, weil der Song so lang war. Sail away, dream your dream. Nee, das geht so. Nee? Moment, ah, Moment. Ich hab's gerade auch nicht ganz genau. Sail away, dream, nee, auch nicht. Sail away, aber nee, nicht so hoch. Sail away. Da war Bex, da war das Schiff, schön. Ja, genau, das war super. Die Gorsch Fock. Das ist übrigens die Schwester von Katharina Fock. Ein schöner Tag, die Welt steht. Das war eins der ersten Songs, die wir auf unser Mixtape gepackt haben. Welcher Tag war Diebels? Und, äh, ja, aber auch, ähm. Entspannen mit Hanen. Ja, genau, ja. Aber hier, Karo Kaffee. Karo Kaffee, das war doch hier, ähm. Wie dieser, dieser Wind durch die, das fällt. Da war doch eigentlich ein Kinderlied, oder? Da, da, da. Hier, die Dings und seine Hits. Wie der Wind da durch das Korn weht. Trink, Onko, be happy. Gab's auch. Ja. Das war schon geil. Früher war er auf jeden Fall besser als heute. Heute könnte ich mich gar nicht erinnern, was in der Werbung, ah doch, eins gibt's ja. Ich guck keine Werbung mehr, ich weiß halt nicht. Dum, 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 dum. Wie heißt das immer? Eis, die E. Eis, die E ist in der Küste. Haben wir das noch? Singstens einer, der noch halbwegs im Kopf bleibt. Ähm, ja, bestimmt. Aber heute ist es echt schwer, ne? Echt einer der wenigen. Kriegt man überhaupt gar nicht mehr so mitwerben, oder? Ja, man müsste eigentlich mal so, wir müssen mal ein Quiz machen. Wir müssen uns vorbereiten, Leute. Und wir nehmen einen Werbedingel, wir nur mal kurz anpfeifen. Genau. So ein Werbedingel, so die Melodie Summen oder Pfeifen und dann muss man überlegen, wer es ist. Das wäre mal eine coole Challenge. Ach, schwierig, glaube ich. Was ist das? Das ist jetzt nicht angesummt, aber... Tü-dümm. Windows, wenn es runterfährt. Genau. Tü-dümm. Das assoziiere ich gerade mit dem Song. Netflix. Okay, ich wollte gerade sagen, Windows, wenn es runterfährt, Netflix, wenn es hochfährt. Tü-dümm. Stimmt. Babababa. Telekom? Ja. Aber mit wenig Tönen. Ah, warte, 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 warte. Ah. Ne, jetzt ist es weg. Blackout. Krass, ne? Mit ein paar Tönen so kennungswert zu haben. Ein Jingle. Das nennt sich ja Werbe-Jingle dann. Ist ja so. Dem ist ja so. Aber gibt es sicherlich noch mehr. Gab es nicht auch mal was ganz Bekanntes vom Mercedes? Wer günstig will, muss Penny oder was? Die kleinen Preise. Penny. La Ultima. Würzig. Maggi. Feine Würze. Maggi, da gab es auch irgendwas. Pulrigsalz. Ja, klar, da gab es doch damals dieses Werbe-Jingle, wo sich dieser Löffel dann zum Knoten hier. Ja, aber wir verdienen das noch. Ja, stimmt. Ich hab noch einen. Ja? Wop. Wop. Bitte? Wop. Kannst du das nochmal machen? Wop. Was ist das? Das ging auch die ganze Werbung so. Das haben die in der Werbung gemacht, so gezeichnete Figuren. Und dann haben die aufgehört damit, als sie Miracle-Vip bekommen haben. Ah. Die normale Mayo war scheiße. Und dann haben die Miracle-Vip bekommen. Meinte Miracle-Vip. Gab es auch, ja. Außenkoppelts Innengeschmack. Yeah. Ja. Miraculi, ja. Die Kids draußen beim Fußballspielen, weißt du, ey Frieden, wie hieß der, Antonio, keine Ahnung, das war super. Und nie sahen die Spaghetti wirklich so aus, wenn man die gemacht hat, wie in dieser verdammten Werbung. Ja, das ist aber so. Ja, das wusste man doch in den 90ern noch nicht, dass das alles gefakt ist. Der Big Mac, der sah auch noch nie so aus. Nee, ich sag nur McCurry-Wurst, ey, das war das Schlimmste. Nee. Ja, ein Mac-Schnaps. Ich liebe es. Ich liebe es. Ja, es ist McDonald's. Auch McDonald's, genau. Warum kann sich eigentlich keiner an eine Burger King-Werbung erinnern? Da würde ich mal drüber erinnern. Ja, weil die sehr selten im Fernsehen kommen, oder? Burger King my way. Stimmt. Warte mal. Was ist denn Coca-Cola-Werbung? Ich überlege gerade. Ich erinnere mich nur an die... Ja, der Song von Melanie Thornton. Ja, genau. Der Weihnachts-Song. Der Weihnachts-Song. Holidays are coming, Holidays are coming. Aber so ein über den Sommer hin, die hatten die ja eigentlich auch Werbung. Ich glaube, Cola hat viel mit Bildern gearbeitet. Könnt ihr euch noch an den Coca-Cola-Light-Mann erinnern? Ja. Den Handwerker und den Fensterputzer und so. Danger quasi bei der Arbeit. Mantus Freshman. Ja, da ist doch so ein Typ jetzt immer im Fernsehen. So ein Rasterman, der melkt irgendwie ein Tier und dann kommen unten diese ganzen bunten... Ja, Skittles. Skittles. Da gibt es auch so eine Melodie, oder nicht? Ja. Das sind Skittles. Das, der Werbe. Mantus Kaudraji Mint, Mantus Kaudraji Frucht. Mantus Kaudraji Spermint, Genuss bis zum Schluss. Super, oder? Muss einem mal einfallen. Tolle Werbung. Allein wie die Ansager waren auch. Die waren teuer eingekauft. Früher immer. Zur Weihnachtszeit immer, wenn die für die ganzen Kindersachen Werbung gemacht haben. Mensch, Marco. Mein Freund Willi. Ganz tolle Sachen waren das. Meine Hose hat eine Glocke. Wer das echte? Boah. Das war auch geil. Der hat kein Opa mir schon. Da sitzt dieser Opa. Nur echt mit 52 Zehn. Oh, Leibniz. Ja. Aber diese Werbung, die hatte auch so was Warmes. Das war ja so ein... Oma-Charakter. Das hatte immer so den Eindruck, dass zu viel Sonne in den Raum reingeschehen ist, wo der Opa mit seinem Kind dann mit dem Enkel saß. Wo der das eine Klümpchen auspackt. Und dann der Opa so einen braunen Pullum da an, mit einem feinkarierten Hemd drunter und dann kommen wir ja mal einen Kleiner. Es gab noch was wie Wer das echte, weil heutzutage kein Mensch mehr frisst, weil da so ein Blombenzieher waren. Stork Riesen. Stork Riesen. Stork Riesen. Als Kind gefressen wie doof nach dem ersten Darmverschluss ist sein gelassen. Aber der kleine Junge von Wer das echte, der freut sich so extrem über dieses Klümpchen. Fällt mir gerade so ein. Und wie die das auspacken. Wie die das goldene Passivier so auspacken. Hier, Charlie und die Schokoladenfabrik, der hat goldene Tickets, so sieht das aus. Ja, aber ich finde, du hast damals das auch so gefühlt, diese Werbung. Jetzt ist das so, wer das echte, ja, ein Euro kriege ich drei Kilo für, habe ich morgen weg. Das war früher, die Werbung war auch so, als wäre das wirklich was Besonderes. Diese Süßigkeit. Kennt einer noch dieses Lutschbonbon Paroli? Das war ein hartes Bonbon mit einem weichen Mentholkern. Und da hat Horst Schimanski, also Götz-George Horst Schimanski hat dafür Werbung gemacht. Die Werbung sah immer so aus, da ist einfach nur irgendwo Verfolgungsjagd ausgestiegen, einem auf die Schnauze gehauen. Und dann hat er sich dann in seine Pose hingestellt und hat dieses Bonbon mit der Verpackung quasi in den Mund gesteckt. Und dann quasi das Bonbon rausgezogen, zack, und hat das Bonbon, dann stand aber Paroli. Gab für ganz hart. Es gab noch Mellor, kennst du noch Mellor? Ja, Mellor. Das war so eine animierte Figur. Ja. Oder, ist es zu stark? Bist du zu schwach? Hm, geil. Fischermans Friend. Ist immer nass geworden. Und dazwischen kamen dann immer, Gondant. Die Meinzelmännchen. Wie hießen die auf ARD und ZDF, weiß das, auf ARD, wie hießen die da? Boah. Meinzelmännchen waren ja vom ZDF und ARD hatte ein Pendant. Wisst ihr noch, wie die hießen? Ute Schnute Kasimir? Ja. Echt? Wir sind da, wir sind hier, wir sind Ute Schnute Kasimir, ja, Wahnsinn. Und die Holländer hatten auch sowas, auf Niederland, Ayn, hatten die so ganz komische Stofftiere. Auf RTL. Und die haben eigentlich nichts gesagt, die haben nur irgendeinen Quatsch gemacht und am Schluss hat dann einer von beiden gesagt, What have you know? War schon witzig. Und er hat dann zum Schluss gesagt, und für jede von den Teilnehmer gibt es ein Keyword von die Magikasio. Schau mal Kugel. So, was haben wir denn noch heute Abend? Wir haben noch eine Rubrik, die wir letzte Woche nach langer Zeit nochmal behandeln konnten. Heute machen wir weiter. Ja? Wo bleibt denn der Alkohol? Die kriegen aber auch nichts mehr zu tun hier. Ups. Guten Abend. We are Mooneyhead. And we play rock'n'roll. Das ist auch irgendwie wie Werbung. Musikalexikon mit RB Rock'n'roll. Ja, Kuh war schon hart letzte Woche. Mal fangen wir wieder mit Instrumenten an. Russell. Rimba. Was? Das ist der Sohn von König der Löwen. Okay, Rumba. Das ist aber kein Instrument. Das ist ein Tanz. Russell. Nee, das hab ich gesagt. Kevin Russell. Ja, gut. Nehmen wir vielleicht die rudimentäre Gitarre. R-Gitarre quasi. R-Gitarre, genau. Nee, eine, 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 eine rote Gitarre. Boah. Eine Ratsche. Hm. Aha. Hier dieses. Ja, ja. Ja, ja. Ein Ring, Ring, Ringo, Ring. Das Ringos Tagschlag. Boah, Alter. Hm. Okay. Rampensau. Das ist auch kein Instrument. Oh. Eine Rappelkiste. Eine Rappelkiste. Das wolltest du sagen. Ja, genau. Eine Rappelkiste. Lag immer auf der Zunge. Vielleicht eine, ähm, eine religiöse Klangschale. Gibt's überhaupt noch andere Instrumente? Mit R, mit R, mit R, aber keiner von uns hat gegoogelt. Nee. Ich weiß jetzt kein Instrument mit R. Sollen wir denn mal googeln? Nee. Ja, komm, mach mal. Aber danach machst du das aus und danach. Aber es gibt viele Musikfreunde, die sich einer gewissen Musikrichtung zugehörig finden sie wie Rastafari, Raver, okay, es sind zwei, aber immerhin ist mir was eingefallen. Rocker. Wenn das hier schon ein gelehrter Podcast sein soll, sollten wir aber die ein oder anderen Instrumente doch raushauen. Mach mal. Was denn? Gibt's Instrumente mit R? Eine Radleier. Ja, stimmt, aber da hätte man drauf kommen können. Eine Rahmenharfe. Nee, da hätte man nicht drauf kommen können. Da kommt kein Mensch. Hier sitzen wieder drei Vollblutmusiker, wie sie im Buche stehen. Eine Rauschpfeife. Hä? Mein Gott. Ein Rabapp. Rabapp. Gesundheit? Das war's dann auch. Gut. Dann machen wir Bands oder Künstler mit R. Rammstein. Run DMC. Ich weiß, das hat jetzt gedauert, aber ich muss mich erstmal wieder einpegeln. Rage Against the Machine. Riot. Rise Against. Rage. Rolf Zukowski. Rantanplan. Ranzig. Wow. Rudolf Kunze. Der heißt Heinz Rudolf Kunze. Da. Privat heißt nur Rudolf. Was anderes. Was anderes. Jetzt kommen wir nicht mit Rudi Pell. Das heißt Axel Rudi Pell. Ja, schwierig jetzt. Rumi Schneider hat auch gesungen. Robert Plant. Aber wir hatten voriges Mal auch immer hier mit Nachnamen. Marianne Rosenberg. Radost Bokel. Was? Oh ja. Die hat gesungen. Ja. Und wenn es doch zwei Lieder waren. Was? Kennst du nicht Momo Radost Bokel? Radost Bokel. Nee, sorry. Kleines Mädchen mit lockigen Haaren. Kenn ich nicht. Die hießen doch hier mit R. Die Band, die eine. Ja. Ich weiß sogar noch eine. Rush. Rush. Ich weiß auch noch eine. Ich weiß noch. Ich habe noch nie ein Lied von denen gehört, aber ich weiß noch eine. Das macht eine Band aus. Man kennt den Namen, obwohl man noch nie ein Lied von denen gehört hat. Torben? Ja, ich bin gerade bei Red. Red Shoes. Wer sagt denn? Ja, keine Ahnung. Ich hätte es ja mit Red Hot Chili Peppers probiert, ne? Red Hot Chili Peppers. Rantanplan. Das habe ich gerade eben gesagt. Das hast du nicht gesagt. Doch. Das habe ich gesagt. Ernsthaft? Ja. Ja, aber ich war in dem Zeitpunkt noch in den Gedanken. Ich habe dir doch nicht gehört. Aber es ist schon lustig, dass uns beiden diese Truppe einfällt. Aber gut. Du musst jetzt noch eins sagen, weil das hatten wir schon. Jetzt muss ich ja schon wieder neue Antworten setzen. Ja. Auch ein Robert oder ein Rolf oder ein Rob? Ein Rob? Vielleicht. Hier, Rob aus dem Aldrich Papp. Ja, Rob Schur oder was? Ja, Rob Schur. So. Ruskaya. Ran. Rababber ist keine Band. Root. Root. Du kannst auch Songtitel nehmen. Root. Der Song heißt Roots, aber lasse ich Geld. Nein. Root. R-U-D-E. Ich nehme den Song Roots Bloody Roots. Fuck you. Das ist nicht mit R. Rack you. Ah, ich bin Revolverheld. Uh. Ah, jetzt bin ich komplett raus. Ah. R-U-D-E. Das ist R-U-D-E. Rock. Äh. R-U-D-E. R-U-D-E. Ich bin... Rock me Amadeus. Rock me Amadeus, sage ich doch. Rocket Man. Rocket Man. Bin ich jetzt schon wieder dran. Das finde ich nicht fair. Soll es auch mal so leiden wie ich. Park. Sag doch nochmal Randhandplan. Ja, sag mir schon Randhandplan. Boah, nee. Das ist echt schwer. Es kann ruhig einer reinrufen. Ich bin gerade... Wie heißt denn die Band hier? Rostock. Jennifer. Ja, Jennifer Rostock. Ja, so. Doch, natürlich schild das. Ja, Rostock Jenny. Ja. Ja, so. Rubbel die Katz. Was hat denn? Phil wird hundertprozentigen Kinder, die da jetzt geben, was Rubbel die Katz heißt. Ram Jam. Oh, Black Penny. Ram and Am. Da muss ich dran denken. Die heißen so, ne? Ram Jam, oder? Ja, komm. Machen wir einfach. Machen wir Schluss. Kommen wir zur letzten Rubrik. Alles andere hat keinen Zweck. Torben, was ist mit dir los? Er ist völlig verwirrt jetzt. Horst, weißt du noch eine Band mit R? Ja, mach weiter. Wo sind meine Songs hier? Das Rockhütte Mixtape. So. Leute. Ich hab was vorbereitet. Oh, nö. Und zwar The Clash. Should I stay or should I go? Oh, ich glaub, das haben wir schon. Nein. Ich glaub, das hätte ich vor zwei Wochen. Aber wir werden es sehen. Also, ich weiß es nicht. Dann hätte ich gerne von Cold Years 32. 32. Coole Nummer. Echt gut. Geh nach vorne. Nach vorne. Mötley Crew. Uwa. Haben wir schon Wildside drauf? Nein. Doch. Wildside haben wir drauf. Fuck. Nein. Doch. Hab ich nachgeguckt. Deswegen nehme ich Dr. Feelgood. Auch gut. Saugeil. Der konnte alles besorgen, was geht. Und damit ihr die, ja, ist ja so, damit ihr alles, dass ihr mich hier, dass ihr die mal kennenlernt, hier, auch Monix, mit dem Lied Roland Kaiser. Gibt's die denn auf Spotify? Ja, klaro. Sehr gut. Roland Kaiser heißt das Lied. Super. Im nächsten Leben wird er Roland Kaiser. Spitze. Ähm, und tatsächlich, äh, kann man, sind die hier, guck mal hier, Roland Kaiser hat schon 71.622 Aufrufe, das, äh, hier, äh, ein Lied von denen hat schon 219.000 Aufrufe. Die sind ja reich. Ne? Das sind mindestens 3 Euro. Immerhin. 71.000 Klicks auf ein Lied ist schon nicht wenig. Ja, Roland Kaiser, super Nummer in diesem Sinne. Ich bin durch. Dann hätte ich gern von Roland Kaiser Santa Maria, das war ein Witz. Uff. Äh, haben wir, haben wir Rage schon drauf mit Stray to Hell? Ne, haben wir nicht. Dann hätte ich das gerne. Bill, 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 bill. Dann hätte ich gerne, äh, von den wilden Jungs böse Mädchen, falls es noch nicht drauf ist. Ich meine, es wäre noch nicht drauf. Ne. Ich hab's noch nicht gehört. Das muss nämlich drauf. Und. Die Jungs böse Mädchen ist drauf. Dann hätte ich gerne von Poison noch Nothing but a good time. Schon, schon geil. Schon geil. Und The Clash ist auch noch nicht drauf. Dann bin ich ja wieder für das Kontrastprogramm zuständig, oder? Ja. Ich hab mich letzte Woche, warum auch immer, äh, wieder im, äh. Danke reicht. Ja, fuck you. Äh, ich bin, äh, ein wenig im Emo versunken. Das machst du öfters. Nein, nein, musikalisch jetzt, ne? Also, das ist ja völlig untergegangen in den letzten Jahren. Aber langsam kommen sie alle wieder mal. Chemical Romans und so kommen gerade wieder und what. Und dann hätte ich gerne aus der alten Garde The Used mit The Taste of Ink. Großartig. Ein melodiöses Lied. Total cool. Ganz tolles Ding. Ja, und dann hab ich, äh, eine neue Band entdeckt. Die kennt wirklich noch kaum einer. Also, die hat, weiß ich nicht, wie viele Fans. Die gibt's aber auch auf Spotify. Ähm, die gibt's noch nicht so lange. Die heißt 408. Also 408. Und der Song heißt U2. Also geschrieben wie die Band tatsächlich. Hochgradig, melodiöser Song. Erinnert an, äh, Blink-182. Aber mit ein bisschen mehr Schmackes dahinter. Noch mehr Schmackes. Ja, nee, richtig Schmackes, ne? Aber, äh, erinnert trotzdem stark an Blink. Und dann gehen wir jetzt aus der Emo-Schiene raus und nehmen noch was, was, ähm, wir bisher gar nicht haben. Aber ich hab auch, äh, so für unsere Live, äh, unsere Open-Air-Saison an was Orchestrales gedacht irgendwie. Deswegen nehm ich jetzt, äh, noch Nightwish mit The End of All Hope. Vielen Dank. Gut. Endlich. Alles Liebe, alles Gute. Ja, der Torben ist vollkommen durch. Gut. Tschüss. Das war der Rockhütten-Podcast. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen. Und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast.rockhütte.com. Danke und bis zum nächsten Mal. Game over. Boah! 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 Vielen Dank.